Oder die von meinen Freunden. Die Geschichte vom Kollegen übrigens. Schreibt mir hier vorne irgendwas, eine Sache, die zehn Jahre alt ist. Guck mal, ich erzähle mir ganz kurz die Sache, mein Kollege. Ich habe sie noch nie erzählt. Noch nie. Weil ich ein Mann bin, habe ich sie noch nie erzählt. Ja? Es ist natürlich, ich habe einst einmal gerappt irgendwas, über Oschel, Oschel, weil er, Kollege damals mit Majo unterwegs war und die haben angefangen mich zu dissen. Obwohl ich diese Leute noch nie gedisst hatte. Und daraufhin habe ich erwähnt, wie ich ihnen geholfen habe. Ein Kollege hatte ich mit mir getroffen, nach meinem Diss damals, Kalaschnikow Flo 2. Äh, Kalaschnikow Flo. Und ähm, er ist gekommen. Ganz einfach, er ist gekommen. Ich stand gegenüber ihm, ich habe ihm meine Hand, ich wollte ihm meine Hand reichen, er hat mir nicht die Hand gereicht. Daraufhin hat er ihn angefangen, ganz einfach. Ja? Und wer war derjenige bei Allah? Fragt ihn selber. Wer war derjenige, nachdem er eine gefangen hat, der ihn vom Boden hochgezogen hat? Ich. Ich habe ihn hochgeholfen. Ja? Ich war nicht derjenige, der ihn eine gegeben hat. Aber, ich habe ihn hochgeholfen und zur Seite gezogen. Ja? Und das wissen viele nicht. Und darüber habe ich noch nie geredet. Ich habe ihn hochgeholfen und den Weg ins ZD. Also wird das ein Problem. Und das ist mein Bord.